endlich mal ein wagen und danach gucken muss man an was ich da mal so aufrüsten kann so ja guck mal ich bin jetzt schon etwas weiter oben als sonst ja sonst bin ich immer ganz unten und meine lieblingskarte oder scheinlieblingskarte so was haben wir denn da also der höchste ist ein vierer mein gott sehr sozial also nichts mit kv1 und so ja nichts mit kv1 3d und ja und ich bin genau unter dir ja ich sehe es also endlich mal die archie ist nach wie vor gleichgebildet also denkt man jetzt mal richtung norden zum flugplatz würde ich mal sagen nach dort woher also nach hoch 1 hoch die 3d nach oben d3 weil du nach wie vor ein leichter panzer das hast du nicht vergessen ja ich habe kraft ich habe power ich habe power bekommen und schneller ist das wie ich also da muss ich noch ein bisschen aufrüsten ja ich verranze mich gerade in der city das ist so peinlich gerade hallo irgendwann komme ich hier raus aus der city scheiße wenn du mal auf meiner karte guckst dann hast du dich dort wo ich bin ja mitten in der stadt ja was ich verfranz oder wie ich bin außenrum ja ich stand bloß ein bisschen dumm da naja 57 km h das ist schon etwas schneller das geht jetzt noch mal wieder runter und wieder hoch keine ahnung krieg ich da durch krieg ich da durch ah hier stehen so ein paar flugzeuge genial oh ne 3 3 immer in Bewegung bleiben mit dem Leichenpanzer weißt du ne oh ein unserer Ketten wurde getroffen das muss weh tun 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 man wir haben noch 57 % gehabt ich hätte fast tot gekriegt ich hab ja am Anfang gleich 20 gedruckt das war wunderbar ey naja ich hab aufgeklärt fast geht manometer aber das hast du auch vielleicht Chancen ein paar Kild zu machen naja sieht sie aber schon nicht mehr da ich sie wie ein Pfeif noch jetzt will der Ereignis sieht sich schon kein mehr Scheiße da unten ist die Ränder unten ist die Ränder ja dank der Rache zu du hast jetzt ist die Räge hier wie Robert abgeben ja mal so sah es bei mir gerade auch weißt du so so schwach war ja auch eben und dann hat es mich erwischt und dann steigt auf Hupf boah aber ganz klar gut ausgewichen gut ausgewichen gut ausgewichen gewichen Mann hätte ich fast einen Kill gemacht das ärgert mich aber jetzt ok gut gut na ich kann mich auch nicht mehr bewegen der hat meine Kette zerstört boah komm schon ich glaube ich hole mir gleich doch mal die Unwahr Explosive ich guck mal was der Preis da jetzt ist vielleicht ist die 100 Explosive auch besser weil dann dann müsste ich ja gut durchstaaten Kraft machen komm komm na nein 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 ich treff nicht das kann nicht wohl sein boah dann kommt die Bison an ja Scheiße ja ich hau ab hier oh die Gott oh yes me wo stand die denn wo stand die ja aus dem Nacken wahrscheinlich schade er hätte wirklich nur ein Treffer naja Heikem ein Kill hast ja gemacht ja passiert ein bisschen ärgert es mich natürlich aber ja ich mich ärgert auch das weißt du 57% hat die die äh Rennen oder noch Rennen oder Rennen Heißrennen ne Rennen ja Französisch für was ist nicht Renault oder was soll das sein äh das ist glaube ich Renault das ist glaube ich Renault egal ähm aber ja das ist eine Renault aber hast grad gesehen wie die fast tot war man ja die Renault habe ich fertig gemacht ja ja gut hatte auch nicht mehr viel ne äh ja natürlich ich hab die auch gut vorgehauen gehauen 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 so jetzt kann ich hier auch rausgehen weil jetzt jetzt ist es nichts mehr weißt du das ist jetzt das ist Trauerspiel ja ich kann aber noch nicht in die Wartung gehen das ist doof ne kannst du nicht du musst jetzt mit anderen aber ich könnte ich könnte aber jetzt mal eben noch trotzdem in die Forschung gehen und gucken was wir noch aufbauen können ja genau zeig ich den Leuten das so ich könnte jetzt ähm überlegen ob ich den mittleren Panzer für 3800 Erfahrung hole und 138.000 Kreditpunkte und weiter kann ich gar nicht gehen den muss ich gehen ne ja den muss ich noch gehen was musst du gehen den äh Panzerkraftwagen 3 den normalen 3er ja den normalen 3er ja den musst du nehmen denn wir stehen alle auf 3er das wissen wir ja alle ja du kannst aber folgendes machen ich würde mir jetzt den neuen Turm holen den äh Ausführung C den Turm für 400 den musst du sowieso haben für den Lager den kann ich mir nicht holen den kann ich mir noch nicht holen 240 mhm mir fehlen 240 mhm mir fehlen 240 ich weiß ja nicht wie es gleich aussieht nach dem Match ob ich da jetzt genug Punkte hab oder nicht mhm ja und dann danach sofort die Stufe 2 geschützt was bringt michel Schaden macht das 11 nur oh Gott hm was das geschützt 2mm kvk ne ah ne das da die Flag ja das Ding äh macht maximale Schaden also muss ich doch gar nicht kaufen ne musst du auch nicht aber ich wollte den ja eh aufrüsten das heißt also könnte ich auch den Maybach und so holen den Motor holen weil ich will den ja den will ich ja länger fahren ja gut aber dann würde ich als erstes aber dann die Funkgeräte holen ja als erstes Funkgeräte denn wir wissen Funkgeräte ja bringen halt was oder ja auch den Turm hol ich mir erst ja ich würde erst den Turm holen ja was bringt der Turm drehen wenden ach mehr Grad mehr Sichtweite und mehr Panzerung ja gut und du brauchst den sowieso für die nächste Stufe also Stufe 4 ja natürlich also guck doch also so oder so musst du dir den holen boah guckt euch mal die Erfahrung an 13.480 für den mittleren und dann könntest du dir vielleicht für 500 nur Erfahrungspunkte das geschützt Stufe 3 holen für 500 hä? ja 5cm an kvk das macht 90 Schaden immerhin 90 Schaden wunderbar das ist also das freu ich mich in Kombination mit den neuen Turmen würde das bestimmt was bringen natürlich das ist gut ah jetzt kann das Match nicht mal vorbei sein ich will gucken wie das Teil das wie teuer das ist so naja komm wir starten einfach das Zweier wieder mit den Zweier starten wir jetzt durch wieder ok so und ins oh ein bisschen Munition brauch ich oh brauchst du noch ein bisschen Munition? ja brauchen sie ein bisschen Munition? ich hab welche zum laden ich hab welche zum laden oh bin laden oder was hier los weiter let's go ah ne ich hab ok das war jetzt der krasseste Fail ins Gefecht los gehts wir wollen ein bisschen rocken aber die Karte ist auch cool im Begegnungsgefecht und ich bin wieder ganz unten ganz unten KV1 jetzt kommt wieder die KV1 und so da so die ganzen näffigen Viecher mhm aber höchsteste Stufe 5 ist auch nicht so hoch ja klar Stufe 9 Panzer zieht immer das ist schon krass ja da warst du auch mit deinem Stufe 8 da drin und deinem nee aber als ich schon mit Stufe 5 mit dem auch früher drin war hatten wir auch Stufe 9 Gegner ja ok gut ja bonjour ist schon mal klar ja sowieso ja fahr mit der Hilf zur Flagge oder wat äh ja du bist aufklärer fahr mal genau in die Richtung ja ich muss kämpfen ich hab einen Jagdpanzer Probleme sie fahren mit einem für die Karre ja ich habe Angst guck mal ich will die A20 und niemand einwand mit dir mit dem kleinen Brecher hier ey und dabei hast du den besten Motor drin oder? ne hast du nicht ne? doch ich hab den besten Motor drin den ich hab ohja übelts aber es war ebenso knapp ich kann echt meine Herren T40244 stehen die A20 ist das auch leichter? ok gut ich kenn mein Part ja Reiner und aufklären was macht die A20 da? ist sie durch? ja fahr mal ein bisschen in eine andere Richtung als die A20 fahr mal einfach mal Richtung ja sagen wir mal D5 on the way äh warte 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 muss ich aber hier durch ja einfach durch die Büsche weißt du da sieht man dich am wenigsten ich weiß ja dass du so ein Buschmann bist KV1 ah ah keine Chance keine Chance die KV die reißt dich so kaputt das war ein T25 war ein T25 2 T25 ah wo kam der denn jetzt ja äh der hat mich wahrscheinlich schon gerochen ey obwohl ich geduscht habe oh ich hab geduscht ey irgendwie ist schon krass hier da ist sie da ist sie da ist sie ah hab ihn hast du ihn erwischt? ja der hat mich tot tötig tötig 30% wenn die A20 jetzt holt ja die A20 jetzt holt ja die A4 holt aber dafür stinkt ein ey 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 je-e-ei fragend wird nicht ja ich hab auch eben ooooh regel ich bis nichts also ¿hieres frei von verbindeten die nichts machen? S30 r 4 zerstört da gerade auch im Zweck KV ist auch wieder aus dem Blickfeld raus aber wohl wie kommt aber aber nicht mal muss ein bisschen weiter aber da ist dann ich weiß nicht also das ist noch vor mit der Sack das wird ein Jahr die ich nur nicht aber die ist da Daumen-Scheater BDG BDR-G1-B voll in der Dings da ist die S8 äh 85 und da ist keine KV1 ja tschüss das war's mit ihm hat er keine Chance gehabt vorbereitet Stützpunkt wird eingenommen vorne sind drei Leute vor dir also wenn du gerade zum Röhring guckst rechts relativ rechts vor allem okay ich fahrt einfach nur bis die aus der Deckung gehen da kommt die äh ja da kommt das gleiche was du da hast was macht der M4 da? der M4 die M4 die M4 die M4 da ist die KV1 wieder steht gleich statt aber klar was ich kein Scham mache da kommt aber was auf dich zu doch jetzt geht es aber auch nicht sehr viel ja aber ich habe ihn gestoppt okay erster der anderen Ball weil ich habe ihn zu beschießen aber das wird also es wird hier schon langsam ein bisschen also wir führen mit drei Kills das ist schon mal ganz super mhm ähm jetzt sind sie alle raus da ist die erst Uhr 85 sich abfünftiger ob er ist nicht getroffen ob die Karte egal ich was sagen und ich weiß nicht immer die letzte ich hätte die sonst immer aber wenn die nur ein bisschen Leben haben dann verfehlt immer und er ist es doch schon eigentlich logisch das ist echt knapp ich muss mal leider so machen für die Zuschauer dass die auch 7% von dir sehen ich versuche es nicht zu und nicht trefflich das ist ja auch nur Bonus Pleite ja aber ganz knapp mal D25 ja ich glaube es ist einfach zu weit weg ja ja knapp noch fünf Stunden da gehe ich jetzt ein Jahr dran einfach ja der hat noch 50% also wenn du jetzt ja tut mir leid der ist weg ja der ist tot dann schaffe ich mir den Panzer IV ja 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 jetzt sehe ich ihn natürlich nicht mehr aber ich helfe einfach mal beim Einnehmen weißt du ja da haben wir da ist sie wieder da ist sie wieder da ist sie wieder da ist sie wieder ich sehe sie wieder ja okay die hat noch 10% ja da ist sie wieder weg und weggehe weggehe und alter wie geil das ist wie geil wie gewinn wieder ja also irgendwann kriegst du es auch echt mitte hin mit der Steuerung oh da kommt ja noch die Grille die Grille jetzt mach ich sie mal grillig dann grillst du sie mal ne ja jetzt ist sie wieder ja dann schreit da oben ach oh 82 steht da oben 30% hast du erwischt ne das war jemand anderes aber die M4 hat sie zerstört da ist die Grille 82% im Geschosshaus oder Ich geh einfach rushen, das ist sowieso der letzte Panzer Der letzte Panzer, egal was passiert, oh die T40 kommt an, die T40 kommt an Da ist sie, die T40 geht rein und du holst sie dir Oder die 1.4 holt sich das Teil Sieg! Immerhin, 9000 Erfahrungspunkte für mich Und noch ein Sieg war das mit dem Flugplatz Und 4.170 Dings Sieg und Sieg, beide Sieg Wie geil bitte, ich hab wieder 11.000 und damit repariere ich dann erstmal den hier Was kostet, die Munition kostet gar nichts Nichts Weil du wahrscheinlich noch von einem anderen Panzer so viel übrig hast, weil das dieselbe ist Kann gut sein Ja, ich hab nur irgendwie 2 auf Lager Ich nehm mal 140 Schuss von der Panzerbrechen mit und Und 16 von der Explosiven Einfach mal um die zu zeigen und zu testen Ja Weißt du, jetzt hab ich noch 10.000 und geh jetzt mal um Forschung und guck mir an, was ich forschen kann Und was kann ich erforschen? Natürlich, denkisch Den Turm Bam Der Turm ist dran 110, freie Erfahrung noch Das heißt, ich bau das nächste Ja, den Turm würde ich auch erforschen Ja Ich hab ein bisschen mehr Egal Gut Den Turm hab ich schon erforscht Kann ich aber noch nicht einbauen, ne? Kaufen und einbauen Für 2.000 Oder hab ich denn noch? 10.000 Äh, natürlich Warum nicht? Äh Fehler Turm Ist zu schwer Bauen sie was auf